hallo meine lieben und willkommen zu diesem neuen video von mir heute gibt es ein krankenhaus spezial und zwar der ein oder andere hat ja mitbekommen dass ich am blinddarm operiert wurde sprich der wurde mir rausgenommen weg operiert und jetzt fühle ich mich wieder fit videos zu drehen und ich habe im krankenhaus ein bisschen mitgefilmt was es denn so zu essen gab und oh mein gott da gibt es noch ganz ganz viel verbesserungspotenzial sprich was ich euch jetzt zu erzählen habe und zu zeigen habe ist wirklich immens spannend also am ersten tag war es so dass ich nach der op quasi kam ich hatte noch gar keine zeit und mich hat auch noch keiner gefragt dass ich zum beispiel kein fleisch möchte und veganes gericht möchte das heißt ich habe so eine standard kost in der früh direkt bekommen und die bestanden das habe ich abgefilmt aus quark joghurt käse einem weizen kaiserbrötchen butter und marmelade oh mein gott sage ich euch nur also es war eigentlich ist es eigentlich schrecklich muss man sagen also kein stück obst nur weizen und nur tierische proteine und produkte zu bekommen und eine zucker marmelade also ganz ehrlich da frage ich mich wo der wissensstand aktuell ist gibt es nicht die möglichkeit irgend so ein porridge zu machen so ein haferflocken porridge oder einfach so ein bisschen hirsebrei zu kochen oder ein bisschen was gesünderes das verstehe ich nicht okay auf jeden fall wurde ich dann gezwungen ein bisschen was zu essen weil sie zu mir gesagt haben sonst bekomme ich es durch die infusion so dass ich gezwungen war quasi ich jetzt ja wirklich nichts tierisches dieses weizenbrötchen mit ein bisschen marmelade zu essen ich glaube ich habe zwei bissen davon gemacht und das lag mir wie ein stein den ganzen tag im magen es kann sein dass es daran lag dass ich quasi noch dass der magen noch drei tage vorher nichts gegessen hat ich habe wirklich drei tage nichts essen können ein tag wurde ich operiert zwei tage hatte ich immense schmerzen und ja auf jeden fall habe ich dann zwei bissen genommen und war wieder darin bestätigt was ist das und das will ich nie wieder haben mittags habe ich dann angekreuzt dass ich quasi vegan bin nach dieser mahlzeit und da habe ich dann weizennudeln bekommen mit tiefkühl gemüse es hat echt nicht geschmeckt und dazu noch so ein so ein obst salat den so aus der dose gibt den habe ich auch nicht gegessen also ganz ganz schlimm ich habe so ein bisschen an diesem gemüse rumgepiekt muss ich ehrlich sagen und das war es dann auch das war so ekelhaft und überhaupt gar nicht lecker ich weiß nicht was das für ein horror war ich muss sagen dass gott sei dank nachmittag eine besuchsperson für eine stunde kommen durfte an diesem tag und meine mama hat mir dann ein süppchen gekocht ein gemüsesüppchen und das hat so gut getan und es war einfach herrlich für meinen für meinen magen da habe ich mich sehr gefreut und am nächsten tag hat mir meine schwester war es mit buchweizen gekocht also ich habe gott sei dank der familie die sind einfach super lieb und das würde ich genauso machen im übrigen ja dass ich dann frage mein schmeckt sie überhaupt kann ich dir irgendwie was gutes tun und was mitbringen die haben mich echt versorgt mit mango streifen und allerlei reiskräckern und was weiß ich meine schwester ist ja da immer super lieb und denkt an mich und weiß dass ich da nicht so einfach habe im leben konnte ich eh nicht alles essen aber ich finde einfach die giste sehr sehr schön so und ja das einzigste was ich dort in der ganzen zeit essen konnte und was auch lecker war war einmal so eine tomaten suppe die war wirklich sehr sehr gut muss ich sagen wurde aber auch wieder serviert mit brot und mit irgendwelchen croutons und so die habe ich dann weggelassen und bei mir war es dann halt vollkost und ich durfte halt auch zuckerhaltiges weizenhaltiges essen und so die kreuzeln das dann immer an wo allergene und so drin sind weil viele ja natürlich allergien haben die dame die mit mir im zimmer war die hatte diabetes und bei ihr haben sie dann quasi alles mit süßstoff extrem gebracht und die hat es gar nicht vertragen und hatte dann auch häufig also nicht häufig sondern eigentlich mehrmals am tag immer nach dem essen durchfall das ist halt auch nicht ideal also auch eine anti diabetes ernährung besteht nicht nur aus dem gleichen franz sage ich jetzt mal entschuldigt die ausdrucksweise nur mit süßstoff also da frage ich mich also es ist doch selbst wenn man jetzt kein wissen um ernährung hat und noch nie ein ernährungsbuch gelesen hat ist es doch der normale menschenverstand zu wissen dass viel viel gemüse gut ist ja dass man zum beispiel eine warme suppe eine warme gemüsesuppe mit wenig verarbeiteten lebensmitteln dem magen einfach wohltuend ist und dass man nicht groß verarbeitete lebensmittel serviert es ist doch es ist doch was ganz normales und dass man das natürliche vielleicht fördern sollte und vielleicht lieber kartoffeln serviert anstelle von weizennudeln die wieder verarbeitet sind wisst ihr was ich meine so ein bisschen verbesserung würde ich mir einfach wünschen und ja schreibt mir mal gerne in die kommentare ob ihr erfahrung gemacht habt mit krankenhauskost ob euch das so geschmeckt hat oder ihr das auch schrecklich verhandelt ja was ganz gut war vielleicht die zeiten vom essen her also das erst die erste mahlzeit war immer um acht da war ich noch komplett fertig da war noch gar nicht fähig zu essen da wurde einem erstmal der verband gewechselt und da war man mal auf klo und da wollte ich dann eigentlich die ganze zeit nur schlafen noch weil ich einfach von der op noch mitgenommen war gut das habe ich dann halt einfach stehen lassen bis ich ein bisschen hunger hatte dann zu mittag um 12 uhr habe ich dann meistens so das frühstück so langsam gegessen und habe dann geschaut was ich vom frühstück und vom mittag zusammen so essen kann und abend essen warum 18 uhr und danach gab es auch wirklich nichts mehr das ist jetzt so der einzigste vorteil dass man quasi komplett auch regenerieren kann dass man nicht so schwer am abend auch noch im bauch liegen hat wobei ich sagen muss dass ich schon ein paar mit chips im bett erwischt habe ja also das heißt natürlich nicht dass man sich nichts mitbringen lassen darf oder im kiosk holen kann das ist natürlich mal logisch aber von den zeiten her dass man relativ früh aufhört zu essen ist für die regeneration sicherlich sehr sehr gut also das ist der punkt den ich gut finde alles andere hat verbesserungspotenzial vielleicht sieht das ja der ein oder andere der vielleicht ein bisschen einfluss hat da mit zu entscheiden oder vielleicht mal einen vorschlag zu machen das würde mich wirklich freuen wenn wir uns da alle einfach verbessern und voneinander lernen ja in diesem sinne wenn euch das video gefallen hat wie immer würde ich mich natürlich sehr über einen daumen nach oben freuen lasst gerne auch ein abo da um kein neues video zu verpassen und ich sende euch ganz ganz liebe grüße macht's gut ciao eure lana